Musik In meinen Augen ist es das einzig urbane Viertel, wirklich urbane Viertel in der Stadt. Hier wohnen alle Arten von Leuten, junge, alte, arme, reiche, schicke Architekten, Ausländer, Immigranten, Sozialhilfeempfänger, Studenten, also wirklich alles wohnt hier und trifft sich und man sieht es auch. Ich finde einfach den Flair im Stühlinger insgesamt sehr schön, sehr urban, dass es mich immer an Berlin erinnert und nicht so langweilig ist wie in der Viere. Wenn man drüben im Hauptbahnhof hochfährt und schön auf den Stühlinger runterschaut, sieht man natürlich ganz viel, also modern life, also alles aufgestilte und so weiter, die ganzen Wohnungen, die oben aufgesetzt sind, die verdecken noch mehr etwas, was man nicht sieht. Es sind viele Innenhöfe noch, würde ich sagen, mit kleinen Hinterhöfen im Sinne von Ateliers, die man also nicht so kennt. Ja, was man über die Geschichte sagen kann, das ist eigentlich städtebaulich interessant, das ist die Gegend hinterm Bahnhof, sprich das ist eine schlechte Gegend. Da zogen die Leute hin, die nicht viel Geld hatten und das war tatsächlich auch so, es war ein Handwerkerviertel und das kann man Stühlinger heute auch noch ansehen in den Höfen, da gibt es noch viel Hinterhäuser, Remisen, alte Werkstätten und ganz manchmal wird es auch noch benutzt, zum Beispiel in der Druckerei oder ein Zimmerer gibt es noch, da sieht man das noch. Und das ist sehr typisch und auch interessant, weil das, was wir ja so schön finden, diese Gründerjahrehäuser, das kommt, weil es in den Gründerjahren gebaut worden ist, das Viertel, aber wie gesagt, es war eigentlich eher ein bisschen naserümpfend und abschätzend begutachtet, das Viertel von der Freiburger Haute Volée. Was ist denn die Gründerjahre? Naja, es ist schon so, dass auf der anderen Seite die eher ärmere Leute leben und mit mehr kulturellem oder mit mehr Migrationshintergrund, so und das ist ganz spannend. Ich merke auch, dass es den Leuten zum Teil Angst macht, aber ich habe dort gewohnt, ich weiß, dass man eigentlich keine Angst haben braucht, aber es ist einfach ganz spannend auch dort zu sehen, was es da noch gibt. Und da ist tatsächlich auch der afghanische Supermarktklasse, weil da natürlich die Leute auch alle hinkommen, ob das jetzt Russen oder Thailänder oder wer auch immer ist, sie finden da ihr Zeug und das macht mir besonders viel Spaß und das, glaube ich, hat auch mit der baulichen Tradition oder mit der Gründungstradition des Stüllinger zu tun. Der erste bedeutsame Ort ist jetzt praktisch der Ort, an dem wir hier stehen, mit der Herz-Jesu-Kirche im Mittelpunkt. Diese ganze Anlage, die wurde damals städteplanerisch so durchdacht und eigentlich auch mit Empathie gestaltet, dass die Brücke über den Bahnhof direkt axial auf die Kirche zusteuert und davor diese große grüne Wiese. Herz-Jesu-Kirche natürlich, was meines Erachtens eine der schönsten Kirchen hier in ganz Deutschland oder ja, wo auch immer ist. Gerade auch das Café, das ist einfach ein super Treffpunkt für die Leute aus dem Viertel und es ist einfach auch eine schöne Atmosphäre hier mit der Wiese, es ist immer was los. Wie jetzt heute an Samstag eigentlich, muss ich sagen, mein Herz beglückt, weil sie ein Treffpunkt ist für junge Familien, für Freunde, die ihren Kaffee bei Ape holen und es frische Croissant. Ich genieße, hier zu kommen und den Zornen ein bisschen zu nehmen und mit den Leuten hier zusammen zu sitzen. Der Platz ist wichtig, denn hier kann man, hier ist gute Luft und so weiter, bloß es sind zu wenig Bänke da. Der Escholzpark ist für alle Bedürfnisse gerüstet und ist größer als der Stadtgarten. Und dann zwischendrin die, eine der gelungensten Plastiken von Klaas Oldenburg. Ich finde das vervollkommnet eigentlich den Escholzpark und er strahlt einfach hohe aus, für mich, auf mich wenigstens. Dann weiß ich natürlich Lederleplatz, dass da mal entsprechende Rohrfabriken waren. Ich denke auch speziell an einen, den die wenigsten kennen, den Gedenkstein an die Deportation in Stünger, ehemaliges Krankenhaus oder Behinderteneinrichtung, heute Psychologisches Institut in der Escholzstraße. Ist für mich eines der wenigen historischen Orte, die also sichtbar nähere Vergangenheit mit dem, meinem Leben heute und Aktualität verknüpfen. Für mich ist auf jeden Fall der Kreuzspielplatz ein historischer Ort, weil da fielen die ersten Bomben in Deutschland, abgeworfen von deutschen Bombern, weil sie fehlgeleitet wurden. Und was für mich damals sehr bewegend war, war, dass mein Biologie-Professor, der uns damals geschult hatte, der war während der Wehrmachtszeit Luftwaffenflieger. Und der war damals tatsächlich beteiligt. Das hatte er später dann in Vorlesungen erzählt. Und das hat mich sehr bewegt. Also dieser Kreuzspielplatz ist für mich auf jeden Fall in Stühlinger ein sehr, sehr historischer Ort. Das Gartenwirt, der hier sehr wichtig war, der hat ein Gutedel immer ausgeschenkt. Und dieser Gutedel, das Scherbviertel, ich glaube, die Kneipe hieß so, das ist bei der nostalgischen Messe so ein Standardprodukt, was immer angeboten wird. Die historische Messe, die hier immer ist, ist sehr schön. Die Grundrahmstraße mit ihren Bäumen und den kleinen Cafés, das ist halt sehr schön hier. Ja, dieses viele auf der Straße leben, auch in den Seitenstraßen, dass da einfach viel einfach draußen gesessen wird und Cafés sind und sowas, das ist sehr schön. Der Markt ist, die kleinen Geschäfte hier, kann hier alles kaufen und es gibt tolle Kneipen. Und gerade eben war ich noch im Chasey, einer der besten Kaffees in Freiburg. Und wenn ich dann eben mal samstags hier bin, dann gehe ich halt auch mal auf den Markt und kaufe noch ein bisschen was ein. Ihr müsst unbedingt mal zur Annette, das ist der Gegenüber, das ist die Huber. Go to Huber heißt es. Go to Huber, das ist ein richtig schönes grünes Schild. Und da gibt es den zweitbesten Kaffee, den zweitbesten Kaffee im Stühlinger. Für Fußballfans ist natürlich der Auerhand zu empfehlen, also weil da immer SC-Spiele und Champions League und so übertragen wird, ist auch immer gut Stimmung, ist immer gut voll. Wichtigste Ort im Stühlinger ist für mich die Brennnessel. Mich würde noch mehr die handwerkliche Tradition interessieren, weil ja hier auch sehr viele Hinterhöfe sind, wo ja früher einige Betriebe waren. Ja, wie es früher mal aussah, als hinter der Escholzstraße noch Wiesen waren. Anderer Platz, das ich interessant finde, ist der Eberg. Ich weiß, was jetzt läuft, aber über die Geschichte des Gebäudes weiß ich nicht viel. Es gibt mit Sicherheit Spielplätze, die ein bisschen verloren gegangen sind hier. Also gerade hinten, wie heißt der Kreuzacker oder Kreuzspielplatz, der ist schon sehr schön. Als ich hierher gezogen bin, gibt es auch da hinten die Brauerei, die so schön renoviert worden ist. Davon wusste ich nichts und das hat mich immer wieder beeindruckt. Was ich halt schön finde im Stühlinger ist all diese Lebensart, die man hier hat. Und es ist so gewachsen und das finde ich halt besonders schön im Stühlinger. Und ja, das ist mein Lieblingspark hier. Das ist so ein lebendiger Ort, dass ich jedes Mal eigentlich, wenn ich über die Brücke radle, mein Herz aufgehe. Das ist so ein lebendiger Ort.